hallo liebe leute heute das vierte paar schuhe oder besser gesagt sneaker die ich euch präsentiere immer noch für meine lederjacke meine braune also in kombination so ich sehe hier schon diese sneaker sehen am sportlichsten aus bisher könnte ich mir auch als laufschuh vorstellen von den farben her finde ich die wieder ziemlich cool also weil dunkelbraun hellbraun hinten also ein paar brauntöne gemischt einmal sogar hier wildleder also mit wildleder abgesetzt und mit glatten leder das macht schon auch einen guten eindruck vom hersteller leute wobei wie schon mal gesagt ich bin da jetzt nicht so ein marken fetisch ist ja machen auch einen guten eindruck ich werde alle vier paar natürlich anprobieren und das auch dann davon abhängig machen wie das so insgesamt halt mir zusagt so das waren die vier paar beziehungsweise hier eines aber insgesamt vier wenn ihr die vorherigen videos einmal kurz anschauen mögt dann seht ihr die anderen paar schule ok vielen dank für eure aufmerksamkeit ich probiere jetzt mal an und schaue mal was mir davon am besten gefällt danke